Hey Internet und YouTube Mario Kart 8 und Keystore, versuchts wieder. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, natürlich versuch ich's wieder. Natürlich, Zerstörungsfolgen über Zerstörungsfolgen. Ja, waren traurig, bist du traurig darüber, ne? Von deinen eigenen... Nein, 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 es gibt keine Keystore-Zerstörungsfolgen, sondern nur Quantum. Also ist das die Entscheidungsfolge und... Wir alle erinnern uns zurück, die Entscheidungsfolge, die gab's schon. Denn damals haben wir gesagt, die Entscheidungs... Oh, fang jetzt nicht an, von Folge 15 zu reden. Die Entscheidungsfolge ist die, wo einer von uns zum ersten Mal Erster wird. Ja, das war ja ich. War Folge 15. Das war ich. Ja, aber ich war's. Ja, aber ich war's. Du drehst schon wieder Dinge. Das ist kein Argument. Meine Ruhmestaten sind nicht deine Ruhmestaten. Das musst du endlich mal lernen, auseinanderzuhalten. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Konzentrier dich. Na, wo bist du? Ich bin Platz 2, sehe ich hier gerade. Das ist ja interessant. Wieso das? Takashi, hast du... Das gibt's doch nicht. Gut gemacht, mein Junge. Der gute Alter. Aber gleich mal hinten hier. Takashi-Bonus. Das wollen wir doch sehen. Man merkt schon, der hat immer schlimmer. Die Schwereszeit ist immer stärker. Hoffentlich hab ich dir den Bonus weggenommen. Ne, ne, ne. Und da. Krasse Cheats. Düsen, Düsen, nimm's aus. Schreck. Panzer. What? Ich bin letzter. Jemand, hast du mich runter? Hast du mich runtergeschossen? Ne, 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 ne. Aber ich werd hier gerade so extrem derbebombardiert. Oh Gott. Oh Gott, ich bin auf der falschen... Oh Gott, das ist ja die Geschwindigkeitsverringerungsgedöns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werd da hinten gerade so hart bombardiert. Oh, ich brauch jetzt was Gutes. Gib mir was Gutes. Komm, ist immer noch nicht aufgebraucht. Kaum zu glauben. Der Mann hat immer noch Geld. Oh, der Erste, der mich überholen wollte, bekam einen Ohrfeige. Oh, hier vorne mit drei roten Panzern. Nur noch zwei. Ich hab zwei für dich noch, wenn du möchtest. Oh nein, nein, nein. Du musst nur noch... Ich werd dich ausspielen. Ja komm, dann kannst du sie dir persönlich abholen. Oh, fuck you. Ich muss jetzt lang einmal mein Kanon-DLC aktivieren. Geh weg, Venni, geh weg. Wow, was? Das war ein... Was? Oh, ich hatte es nicht... Oh nein, eine Rakete nicht, nicht, nicht. Oh Gott. Komm schon. Wie hast du mich jetzt überholt? Mann. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Habt ihr den Panzer nicht nach hinten gesehen? Oh, 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 was ist das hier? No. Alter. Da vorne, einer mit der Pflanze hat mich dreimal getroffen. Das gibt es doch nicht. Ja, doch. Was gibt es? Venni, geh weg von mir, geh weg von mir. Ja, wieder zurück. Ich muss vorbei. Lass mich doch vorbei. Lass uns darüber reden. Verpiesel dich, verpiesel dich, verpiesel dich. Verschwinde, Bro. Verpieseln. Verstehst du das Wort nicht? Natürlich, er hat wieder Boosts ohne Ende. Boosts ohne Ende. Ey, was soll denn das? Fieses Tacklen oder was? Auf Wiedersehen. Wenn du uns den Boosts bekommst, ist das natürlich Kacke. So. Fuck. Fuck. Nein. Ja, das nicht. Ja, 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 ja. Oh Gott. Wen hast du denn da schon wieder? Kommt schon. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Und er ist direkt vor mir. Das gibt es nicht. Hat nichts mit Können und Fahrverhalten. Rein gar nicht. Wahnsinn. Ehrlich, direkt vorm Ziel kommt ein grüner, wieder ein grüner Panzer. Diese grünen Panzer sind unauffällig. Die hackt er da irgendwie rein. Du hast doch einen Boost bekommen. Schon. Ja, der Boost war ja auch ehrlich verdient. Aber du, du hattest ganz und kommst da mit irgendwelchen Schlägern um die Ecke. Zwei halten mich fest und dreschen auch mich ein, wenn du durchs Ziel fährst. Ja. Oh Mann. Also, ihr habt es gesehen. Ihr habt es gesehen. Das Trauma beginnt von... Das ist nicht vor dir, aber. Nicht verdient. Nicht verdient, mein Freund. Überhaupt nicht verdient. Du hättest mich doch nur mit dem Boost und den hast du zufällig bekommen. Ich musste erst anvisieren, zielen, kalkulieren, wie die Schildkröte gegen die Banden fährt. Das war Billiard, mein Freund. Quatsch, das war nicht mal sein Panzer. Doch, ich hatte doch drei grüner. Das war nicht mal deiner. Das macht nichts. Ich habe es so kalkuliert, dass es meines ist. Das hat mich festgehalten. Haben auf mich eingeschlagen. Hier, da, genau dein Freund. 41.000 Münzen. Der war es. Genau, der war es. 2.000 Punkte. 2.001. Der Mütze und der Sonnenbrille hat mich festgehalten und dann kamen zwei Schläger um die Ecke und bam, bam, bam. Jetzt hör doch mal auf zum Heulen. Das ist ja unerträglich. Diese ganz krassen Methoden. Vor dem Ziel, weißt du? Vor dem Ziel. Ja. War schon sehr gut von mir. Muss ich, muss ich, muss ich, muss ich mich selber loben. Ganz billige Leistung. War ziemlich gut von mir. Ganz billige Leistung. Oh Gott, ich fahre gegen das Auto. Wie blöd bin ich. Genau. So muss das laufen. Das macht nichts. Ich mache es nur spannend. Ein bisschen Vorsprung geben für dich. What the fuck? Wo fliege ich denn gerade hin? Alter, ich bin ja ewig weit geflogen. Das war ja richtig merkwürdig. Und jetzt bin ich letzter. Also die Rappen gerade, die weinen auch hier und hier. Jetzt verbrunten das. Nein, es geht ins Auto. Nie mehr zurück. Und da kommt der nächste grüne Panzer. Alter, das gibt es nicht. Jetzt ist der Fluch wieder drin. Quantum hat die Hex aktiviert. Es gibt keinen zurück. I believe you can cry. Oh, wer steht denn hier mit einem Stern? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ey, ich kann nicht mal mehr aufholen. Wo seid ihr denn? Auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war wunderschön. Oh Gott, jetzt kommen hier auch noch die Seifenophrer. Anlagen von Quantum. Nein, nein, nein. Nein, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Egal, du bist so weit vorne. Das ist richtig, allerdings. Ich sehe dich nicht. Ich drifte überhaupt nicht. Ich depp. Ich bin so konzentriert, dass ich Angst habe, es falsch zu machen. Dann mache ich lieber gar nichts, oder was? Das ist genau die richtige Einstellung, Bro. Hey, wo seid ihr denn? Ich brauche Gas. Nein! Nein! Dieser blöde Blitz. Und ich habe den Boost nicht verwendet. Ich wollte... Oh Gott, jetzt bin ich... Das gibt es nicht. Das war blöder Boost. Das zieht noch alles hinterher. Das zieht noch alles hinterher. Ich werde mich rächen. Keine Panik. Jetzt Gas geben, Gas geben, Gas geben. Da ist noch einiges... Da ist nichts mehr drin. Vierter Platz. Oh mein Gott. Und ich bin irgendwo ganz hinten. Ich konnte niemanden mehr einholen. Ich konnte einfach niemanden mehr einholen. Ja, zweite Runde. Wieder vorne. Dieser Panzer, weißt du, dieser Panzer, aus dem ersten Rennen, der hat mich so hart getroffen, dass Toad immer noch einen Trauma hat, weißt du? Der hat immer noch einen Schädelschleudertrauma. Der ist immer noch ganz benommen, der Junge. Ich fahre ja mit gebrochenen Händen und Beinen. Nach so einem Panzer, ja, da kannst du nicht mehr irgendwie geradeaus fahren. Ich halte das Lenkrad mit meinen Zähnen fest und lenke. Da kannst du nicht irgendwie sagen, joa, jetzt mache ich dir noch eine ganz ruhige Kugel. Wenn dir jemand mal so derbe ins Gesicht geschlagen hat, dann bist du am Ende. Takashi liegt hier in der Ecke und hat sich eingestrollert. Wegen dir. Der befährt dann. Jetzt musst du fahren. Ja, dann habe ich ja viel zu leicht gespielt. Jetzt muss ich hier den Controller in die Hand nehmen. Na, dann ist es eigentlich schon erledigt, ja. Wie kann man so unverschämt viel Glück haben? Ne, ich bin ziemlich schlecht gefahren diese Runde, das gebe ich zu. Das war echt blöd. Hier wird wieder gesprochen. Die Spieler werden schon aussortiert. Langsam aber sicher. Personal wird entlassen. Das Geld wird weniger. Schon wieder? Schon wieder. Schon wieder. Und wahrscheinlich werde ich wieder kurz vor dem Ziel abgeschossen in Runde Nummer 3. Zu recht. Guck hier, der Schweizer ist schon wieder ganz vorne. Was hat die für verbotene Boosts? Wer auch zu finden? Die Schweizer. Okay, das war ein gut erwischt jetzt. Geh weg, geh weg. Oh, natürlich. Oh was, du hast mich voll abgedrängt. Ja, muss so. Ja, aber das war, also richtig voll hier. Oh Gott, ich hatte fast die Kurve nicht. Oh Gott, nein, ich fliege aus der Map. Genau. Nein. Wie ist denn das jetzt passiert? Ich mach's noch einmal spannend und starte jetzt die Folie ab. Nein, 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 nein. Bleib schön da hinten. Das ist wieder so eine Unglücksfolge für mich. Ich muss hier unbedingt... Ei, ei. Voller Konzentration. Takashi, wie geht's dir? Mann, Junge, er kriegt dich wieder irgendwie auf die Reihe. Das ist dann total fertig gemacht. Den arm verstörten Junge. Das wäre es eher... Oh, wer schießt... Oh Gott, das ist... Oh, der blaue Panzer. Ich will nichts, unfaire Ausreden. Mein Gott, komm, gib doch mal Gas hier. Nein, nicht so viel Gas, dass ich da gehe. Oh, 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 da vorne ist der Schweizer. Ah, natürlich, natürlich. Er hat eine Banane. Dieser kleine Loks hier. Oh, nein, 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 nein. Wie lange bleibt denn so ein roter Panzer hinter mir? Komm schon, komm schon. Oh, man sieht ja echt niemand mehr hier. Go, 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 go. Ich muss hier noch irgendwas Gutes bekommen. Oh, ich höre schon wieder irgendwas. Oh, da oben zischen die Panzer rum. Nein. No. So ein Bullenkäse. Natürlich, ein Blitz direkt vorm Ziel. Oh Gott, ich will einfach nur noch durchs Ziel. Nein. Oh Gott. Der blaue Panzer. Er trifft mich. Wie kann das sein? Ich war Zweiter und der blaue Panzer holt mich. Ey, das gibt es nicht. Wahrscheinlich... What? Ich habe mehr Punkte, als er da oben verdient? What? Ich habe keine Ahnung. Hier sind ganz merkwürdige Machenschaften am Werke. Aber eine Sache kann ich euch da draußen garantieren. Ich tauche meine Hände in Unschuld. Ich bade sie in Unschuld. Da hast du wieder Glück. Oh ja, oh ja. Na ja. Quenny's Dirty Tricks. Na ja, noch zweimal so überlegen. Darfst du auch nochmal. Mhm, mhm. Alles nur Sprüche. Alles nur Sprüche. Ich würde gerne irgendwie aufhören. Können wir nicht Minecraft spielen? Da bauen wir was zusammen. Und ich so... Ach komm, Quenny. Minecraft, das macht doch jeder. Mario Kart, Mann. Das ist der Shit. Und du so... Nee, und meine Mom. Was hast du immer mit meiner Mutter? Ich finde, sie ist eben eine sehr nette Frau. Das stimmt allerdings. Oh, oh, oh. Oh Gott, warum trifft mich das Ding? Oh Gott. Ich hasse diese Map. Jeder hat das Recht mit mir hier rein. Ich hasse sie. Und ich hasse diesen Pilzkopf hier vor mir. Ich fliege aus der Karte natürlich. So soll es sein. Diese Karte ist die absolute Hölle. Ja, wenn du dann noch so heftig gerämpelt wirst, dann ist nichts in meinem Alter hier. Dann ist die Karte wirklich die absolute Hölle. Das hast du sehr gut erkannt. Er wird hier beschossen? Okay. Komm schon. Oh no, das wird mich sicher treffen hier jetzt wieder, oder? Nein, okay. Oh, die Rakete! Nein. Oh Gott, mich trifft hier wieder alles. Und ich bin letzter. Oh, nein, hier war ja noch eine Kurve, ich habe mich vergessen. Oh, Jesus Christ. Oh Gott, ich habe keine Steuerung mehr gehabt. Was war denn das? Boah, ich habe keine Steuerung, ist klar. Ich konnte eben gerade nicht lenken, das Bike wurde steif. Zucker im Tank. Aber wieso habe ich den Sprung nicht geschafft? Und der Blitz schleudert mich aus der Karte. Also, also das ist ja eine absolute Katastrophe. Oh, den Sprung schafft man nur mit Boost. Gut, wieder was gelernt. Ja, das hatte ich auch gelernt vorhin. Oh Gott, ich bin Zehnter und... Und... Ich kann denn, ich... Da ist niemand. Da vorne ist niemand. Das ist eine ganz, ganz einsame Vorstellung hier. Kann diese Karte bitte vorbei sein? Das ist ja... Boah, bei mir rennt ihr. Du wählst doch solche Karten. Ja, für die Spannung... Oh, nein! Nein! Ich, das ist... Ich muss hier... Ich vergesse immer hier... Oh Gott, man muss hier doppeldriften oder was? Zum Lenken. Oh, meine Fresse. Was für einen Platz hast du? Oh, ich bin noch nicht im Ziel. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, geht ins Ziel! Geht ins Ziel! Ich will mich nicht aufregen, aber ich hasse diese Map. Großer Gott, ich werde Letzter! Ja? Dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Ne, Vorletzter. Wahnsinn. Der kam vielleicht gerade rein. Wow. Der kam gerade rein. Nein, Leute, es war wieder eine Folge voller Unglück. Ich sag euch, das erste Rennen, das lief so gut, bis Quantum halt gesagt hat, nee, eher ein Vollgewinn ist nicht so meins. Holen wir mal den grünen Panzer aus dem Nichts und dann war irgendwie alles versaut. Und deswegen sehen wir uns auch in der nächsten Folge, wo ich das alles wieder gerade biegen werde. Ich will mal danke fürs Zusehen und tschüss! Tschüss!